Peace, Freunde, was geht ab? Ich bin's, Loco, und wir sind heute wieder in Notruf, Hamburg unterwegs mit einer wichtigen Mission. Und zwar... Ha? Nicht Notarzt sein auf jeden Fall. Wir werden heute wieder als SEK unterwegs sein und uns natürlich die Kriminellen unter den Nagel reißen, Leute. Ich hab Bock, heute richtig was zu farmen. Bin extra früh wach, Leute. Wir gehen direkt rein. Keine Scheu. Irgendwie hab ich das Gefühl, dass der Teppich hier neu ist, Leute. Für alle, die neu sind, würde mich echt riesig freuen, wenn ihr dem Kanal doch ein Abo geben würdet. Und jetzt natürlich viel Spaß bei dem Video. 28.000 XP haben wir schon, Leute. Wir haben schon echt gar nicht so schlecht gefarmt, muss ich gestehen. Seitdem wir das machen, da bin ich langsam mal schon vorangekommen. Und weiter geht's, Leute. So ein bisschen in die Schicht aufwärmen, wenn wir uns erstmal hier genüsslich den ein oder anderen XP gönnen. Von diesem Ferrari dort zum Beispiel. Oh, oh, oh. Bitte lasse ich mich in Ruhe. Noch irgendwo einer. Da. Fahr vorwärts. Fahr vorwärts. Ei, ist der dämlich. Jetzt aber. Zack, den ersten haben wir. Zack, den zweiten. Auch den dritten. Nein, der ist so weit weg gewesen. Leider, Leute. Egal, so haben wir schon mal ein bisschen. Der Hofladen wurde ausgeraubt. Da gucken wir noch direkt mal vorbei, Leute. Da ist er, da ist er. Der BMW. Der BMW, Leute. Der Isis. Er ist erstmal dagegen gefahren. Sehr stark. Der BMW müsste auch langsamer sein als mein Wagen. Wenn wir Glück gehabt. Will er hier abhauen? Ja, will er. Oh, oh, okay. 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 Alles klar. Das Ding ist durch, Freunde. Drei Sekunden noch. Ich nehme die XP doch mit. Äh, hä, hä. Hey, das Ding ist durch, Brataz. Gucken, kann ich mir so vielleicht hier schon einfach einen Knall greifen? Ja. Scheinbar. Oh, der andere hat sich ausgelockt. Geil. Ist beide ausgelockt? Oder gehörte ihm die Karre? Ich weiß es nicht, ob es dem oder dem anderen gehörte. Es wird ihm hier. Alter, du bist ein Dingsfahrer. Alles klar. Du hast ganz schön deine Mission verfehlt hier. Geil, Leute. Geil. Oh, in der Zeit ist ja... Oh, no. Nicht kaputt. Ach, nee. Richtig was passiert. Ja, Leute. Heiß für Auslog. 87 XP haben wir schon mal wenigsten. Juwelier und Bank habe ich gehört, Leute. Dachte ich zumindest. Oh, da saß auch hier mal drinne. Funny. Ey, yo. Ey, dass der Taser auch nicht direkt geschossen hat wieder, ne? Ist wieder so bodenlos, wirklich. So bodenlos. Der muss sich drei, viermal drauf drücken, bis er denn geschossen hat. Obwohl ich schon auf ihn ziele, so. Ja, danke für den Timer, alter Notruf Hamburg. Ehrlich. So. Aber auch du bist festgenommen. Zack, zack, zack. Schöööön. Weg mit dir. Bist du mit dir? Lio. Nö. Aber hier sind ganz schön viele drauf. Geil. Auf jeden Fall mein Auto mal heile machen. Und links, rechts angetäuscht. Oh, genau dasselbe Auto, wie ich. Ist sogar gleich lackiert. Selbe Schuld. Du fährst doch gegen den Kreise, nicht ich. Bist du kriminell, Aminal? Nee, bist du nicht. Komm, geh mal links, rechts, links, rechts. Oh, was ist mit dir da vorne? Ui. War der kriminell? Wir sollten mal vorbeischauen, oder? Wir gehen mal gucken. Juwelier wurde ausgeraubt. Okay, wir fahren zum Juwelier. Vielleicht erwischen wir da noch wen noch frischer Tat hier. Let's go! Hätte Action geht, hier auch schon ab, Leute. Aber ich glaube, ich komme zu spät. Ich glaube, ich komme zu spät. Okay. Kein Krimineller. Der schießt auch erstmal mit drauf. Geil, erstmal drauf schießen. Team. Ja, komm. Leute, ich prank ihn richtig. Komm, wir machen, wir machen, wir machen. Leute, wir pranken ihn so hart. Keo doch nicht. Er hätte safe machen können. Also. Ja, er hat aber den Braten gerochen. Er hat den Braten gerochen, Leute. Er hat den Braten. So. Nein! Ich habe daneben getroffen, Leute. Der Sepp ist Kriminell. Danke. Ich wollte gleichzeitig aufnehmen und tasern. Hat nicht so geklappt. Alter, Leute. Close, close, close. Kurz ins Gefängnis mit dem hier. Stimmt, man hat ja jetzt auch einen Timer. Na, versuchte Festnahme. Alles klar. Aber cool, dass der Polizist den Timer aussieht oben. Weißer Audi R8. Weißer Audi R8. Okay, wir gucken auch mal. Leute, da ist wieder jemand Kriminell. Aber auf richtig geile Unlucky Art. Polizia, Polizia, Polizia. Jetzt, 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 jetzt habe ich ihn. Ja, Leute. Wir haben ihn. Wir haben ihn. Wir haben ihn. Sehr geil. Ab ins Gefängnis. 1K. 1K, Leute. 1K. Für 1K stehe ich hier nicht mal. Auf, für ab ins Gefängnis mit dir. Stell kurz ein. Bring dich zu deinem Auto. Oh. So, merci beaucoup. Die hat einmal mitgeholfen. Und zwar, der Druck war dann stärker. Aber trotzdem ist es meiner XP, ne? Also, ist ja ganz klar. Ich habe ihn entdeckt. Ich habe ihn zwar nicht getasert. Sie aber auch nicht. Ich habe ihn aber gecalfwashed, Leute. Und mit dieser Festnahme, Leute, wünsche ich euch heute auch schon wieder einen wunderschönen Tag. Lasst euch nicht ärgern. Schaut in die Beschreibung. Da findet ihr auch meine Discord-Kanale. Meine ganzen anderen Channel, Leute. Unbedingt nichts verpassen. Wir sehen uns beim nächsten Road to Porsche wieder. Ich mache meine Videos jetzt ein bisschen kürziger. Dafür aber mehr Inhalt, Leute. Also, dass ihr nur noch die spannenden Sachen seht. Schreibt in die Kommentare, wie ihr es findet. Ciao, ciao. Bis zum nächsten Video. Ihr habt jetzt weiter von...